hier geht es jetzt exklusiv mit ticmel um ein bisschen psychologie ich hatte von einem unserer zuschauer hier eine anfrage bekommen ob ich nicht mal wieder etwas über das thema psychologie machen kann ja das mache ich heute sehr sehr gerne das kleine witzige bildchen hier neandertaler im kopf psychologie im trading hat einen grund weshalb ich das so hier in diese ganze geschichte reingenommen habe einfach auf grundlage der tatsache dass wir halt funktionieren wie damals als unsere vorfahren durch den wald gelaufen sind die dinge funktionieren heute noch genauso wie damals und das beeinflusst uns halt auch massiv im trading und was wir daraus lernen können ja muss ich sagen das ist sage ich mal extrem wichtig und die dies wollen die können dadurch wahnsinnig gute fortschritte im trading machen ich habe dasselbe auch bei mir gesehen als ich gelernt habe auf diese dinge meinen fokus zu richten und zu merken was mich zu fehlern bewegt hat das zu erkennen das hat wahnsinnig wahnsinnig stark dazu geholfen mich dorthin zu führen dass ich heute im trading profitabel unterwegs bin und mein eigenes vermögen hier an den kapitalmärkten sinnvoll investieren kann ohne hier in emotionale schieflagen zu geraten das also hier das thema für heute und damit gehen wir natürlich bevor wir in die fachteile reinsteigen noch einmal kurz auf den risikohinweis ein das ist rechtlich verbindlich das bitte ich auch in gänze zur kenntnis zu nehmen der handel mit devisen und cfds auf margen der kann zu verlusten führen fragen im webinar bitte gerne gleich rein in die entsprechenden chats die wissen ja auf goto oder auch auf facebook wie es geht ja die neandertaler der neandertaler regiert in uns warum das so ist das heißt die frage was uns wirklich antreibt ja das hat jetzt nichts mit geld oder ähnlichem zu tun sondern das kommt einfach aus der historie heraus und das sind an dieser stelle die punkte nummer eins damals im wald was war die größte angst was war das wichtigste was man wollte das ist das überleben was war das das war also eine angst vor in diesem falle dem tod das heißt an dieser stelle haben wir natürlich diese sorgen heute nicht mehr also in aller regel haben wir jetzt nicht wenn wir morgens vor die tür gehen oder im schweden anfangen wollen todesängste auszustehen also das hoffe ich dass das keiner spüren muss aber es gibt natürlich auch genau eine angst und diese angst ist die angst geld an der börse zu verlieren das ist also quasi das geld ist ja unser überlebens elixier an der börse also ist das in irgendeiner art und weise auch der kampf um das überleben das sind bestimmte prozesse die bei solchen dingen dann in unserem körper ausgelöst werden und der körper macht da jetzt keinen unterschied ob ich jetzt quasi angst um mein eigenes dasein haben muss oder angst vor geldverlust habe diese emotionale lage die dort kommt die ist nahezu vergleichbar das nächste was wir haben ist das thema damals im wald war es gewesen der hunger auch das ist für uns heute kein großartiges problem mehr wer kein geld hat kann nicht schweden und wer genug geld hat wird auch kein hunger erleiden das heißt das thema können wir mal rüber nehmen aber hunger macht einfach gierig und durch diese gier sind früher fehler passiert und heute hier im trading wir wissen es alle hier frisst hirn da ist vorbei wenn man dann sozusagen auf alles verzichtet durch die gier was man eigentlich möchte ja da muss man einfach sagen dann ist die gier ein wahnsinnig wichtiger faktor den wir im schweden in den griff bekommen müssen das heißt wir gucken jetzt hier einfach mal auf diese zwei wichtigen dinge das eine ist das thema der ängste also der verlustangst im trading und das andere ist das thema der gier übrigens beim thema angst gibt es jetzt nicht nur die verlustangst sondern auch die angst was zu verpassen und das spielt dann wiederum in das thema hier mit rein also es dreht sich wirklich um wichtige entscheidende punkte und hier ist es genauso wie früher strategische vorgehensweise macht uns erfolgreich das heißt damals in der natur haben ja auch nur die stärksten überlebt so ist es ja auch heute auch und was hat die stärksten zu den stärksten gemacht ganz einfach die waren clever die haben gut gelernt die haben sich spezialisiert die sind die besten ihres fachs geworden und konnten damit die evolution vorantreiben und genau so ist es auch im trading diejenigen die wirklich lernen die meister ihres fachs zu werden die haben einfach strategische vorteile gegenüber den vielen vielen anderen die sich sagen ach ich will mich damit gar nicht so gut beschäftigen das ist der große unterschied wir sehen sie auch wieder jeden morgen hier wir weisen ja darauf hin dass 81 prozent der privatanleger hier das geld verlieren aber 19 prozent machen profite und da ist halt die frage wo wollen sie zu gehören zu den 81 prozent oder zu den 19 und diejenigen die zu den 19 gehören wollen die müssen sich halt überlegen wie man erreichen kann dass man im trading profitabel wird und mit unseren urinstinkten so umgeht dass sie uns nicht negativ beeinflussen sondern dass sie im optimalsten falle das beste aus uns rausholen in den charts kommen wir dann auch darüber wie gehen wir da an dieser stelle vor es ist natürlich immer wieder sage ich mal das gleiche es sind die richtigen wichtigen strategien die wir brauchen das heißt an dieser stelle geht es darum dass das bewusstsein das heißt die disziplin die wichtigste eigenschaften ist das heißt ganz bewusst wahrnehmen was wir machen ja und wenn wir merken wir werden gierig wir werden sinnlos gierig oder wenn wir merken wir haben angst und die angst ist nicht begründet dann müssen wir uns einfach immer wieder bewusst machen was wir da gerade fühlen das heißt wir brauchen hier ein großes maß an selbstkontrolle wir brauchen ein hohes maß an konsequenter strategieeinhaltung und wir müssen eigene fehler eingestehen das heißt nochmal zurück auf den ursprünglichen gedanken den wir hier an dieser stelle haben wie war es denn oder wie ist es denn in der natur ja wenn was weiß ich damals durch den busch jemand gelaufen ist der hunger hatte ja das sieht man ja heute auch noch bei den bei den völkern die noch ursprünglich leben wer hunger hat und irgend tier sieht was er jagen will und einfach blind losläuft der hat einfach die gefahr dass er den löwen im busch übersieht und vom löwen gefressen wird das heißt die gier der fokus auf das was man unbedingt haben will lässt einen komplett das umwelt das umfeld vergessen und das ist ein riesengroßes problem das sieht man ja auch heutzutage beispielsweise wenn man mal durch die stadt läuft und viele viele gerade jüngere menschen sieht die gucken die ganze zeit nur aufs handy und gucken gar nicht was um sich herum passiert laufen über die straße bumm unfall tot tschüss darf darf da vergisst man einfach das ganze drumherum und so ist es halt auch im trading wenn man einfach wichtige dinge außen vor lässt dann hat man eine extrem große gefahr sein konto zu schrotten das wollen wir aber nicht was heißt an dieser stelle schauen wir doch einfach mal drauf was wichtig ist und das sind wirklich die punkte selbstkontrolle konsequente strategieeinhaltung und eingestehen der eigenen fehler wenn wir uns weiterentwickeln wollen müssen wir aus unseren federn lernen und ich sage an dieser stelle das sage ich auch immer meinen klienten die die ausbildung zu mir kommen freut euch über ihre oder eure fehler weil das sind die besten chancen die überhaupt machen kann weil wenn wir einen fehler machen und wir analysieren den fehler dann können wir ja sehr genau nachvollziehen wie wir zu diesem fehler gekommen sind und wenn wir das wissen können wir eine strategie erarbeiten wie wir um diesen fehler drum herum arbeiten können punkt das ist eigentlich relativ einfach man muss es nur machen das heißt wir brauchen extrem viel disziplin und das ist etwas das habe ich hier auch noch mit dazu gebracht wir brauchen eine optimale arbeitsumgebung ohne die optimale arbeitsumgebung werden uns halt auch immer wieder knüppel zwischen die beine geworfen die uns dann davon abhalten konsequent zu sein das heißt das sollte man alles gut zusammenrücken und dann hat man sehr sehr gute chancen hier auch die psychologischen marker gut im griff zu halten und nicht irgendwie die natur ja der natur die kontrolle zu übergeben das heißt hier an dieser stelle was bringt uns in den erfolg man nennt das ganze mindset also die richtige einstellung zum handeln und da müssen wir vorher einfach ein paar wichtige punkte besprechen zum einen müssen wir uns im mit bezug auf das trading natürlich auch genau damit beschäftigen was wollen wir denn überhaupt ja wir können ja im trading in unterschiedlichsten zeiteinheiten auf die unterschiedlichsten märkte unseren fokus legen das heißt hier mal die grundsätzliche entscheidung zu sagen wollen wir eher langfristiges positions trading machen das heißt hier den ertrag über die zeit mit kleineren positionierungen erwirken wollen wir mittelfristiges swing trading machen das heißt uns von den bewegungen immer mal ein stückchen abschneiden und damit ist gut also auch hier wird der ertrag teilweise über die zeit aber auch über die preisliste gemacht wir sehen es hier dann sind schon mittelgroße positionen also auch die positionsgröße die muss natürlich zu uns passen wenn die positionsgröße zu klein oder zu groß ist dann hat das halt auswirkungen auf uns und gerade bei zu großen positionierungen das ist das thema auch im hebel man kann hebel wie wir das hier bei ticken wir auch haben extrem gut und profitabel fürs trading nutzen das funktioniert allerdings nur dann wenn wir ordentliche funktionierende strategien haben ja dann funktioniert das gut wenn wir aber immer wieder fehler machen was hebeln wir dann ja jemand der profitabel handelt der handelt seine profit der hebelt seine profitabilität top so wollen wir es haben jemand der allerdings nicht profitabel handelt sondern der immer wieder fehler macht und dadurch geld verliert was hebelt der denn der hebelt sein verlustpotenzial das will ich nicht deswegen machen wir hier die ausbildung auch exklusiv bei ticmill in diesen bereichen auch immer wieder dass sie lernen profitabel zu traden wer da mehr input braucht bitte auf mich zukommen gibt es natürlich hier in diesem rahmen können wir natürlich nie so intensiv werden zurück zu den zeitpositionen das dritte was jetzt hier noch fehlt ist das sehr kurzfristige trading das sogenannte day trading und da hat die zeit wenig relevanz hier wird der ertrag über die preisachse gemacht das heißt man hat halt auch relativ große positionen und wenn das ganze homogen zu dem passt was wir wollen und wir dadurch auch entspannt arbeiten können ja das ist dann eine gute geschichte damit können wir arbeiten heißt also hier wenn wir abklären dass die kapital ausstattung zum zeithorizont und auch unserer emotionalen belastbarkeit passt dann ist das alles top aber wenn hier fehler gemacht werden dann führt das zu misserfolg das führt zu chaos und das führt dann dazu dass wir aufhören zu denken wir werfen unsere strategien über den haufen dadurch passieren halt fehler und wer übernimmt dann die kontrolle das was in uns steckt hier das hirn des neandertalers das heißt das ist dann eher ungut und deswegen sollte man das nicht machen die neandertaler haben übrigens beispielsweise ähm bei der jagd das trading ist ja auch irgendwie eine jagd eine jagd nach den guten trades nach den profiten die wir haben wollen die haben damals auch gelernt ja die haben gelernt es macht keinen sinn beute zu jagen bei der ich mehr energie aufwenden muss für die jagd als mir die beute am ende gibt wenn ich das permanent mache habe ich keine chance dann kann ich irgendwann nicht mehr jagen gehen aus diesem grund haben die halt strategien erwirtschaftet oder strategien erarbeitet wie man sozusagen genug sage ich mal essen bekommen kann in relation zu dem aufwand und das ist im trading ganz genau das gleiche man muss einfach mit seinen trades über die lange zeit so viel verdienen dass man auch einen definitiven mehrwert hat ja wenn das nicht funktioniert dann ist das konto halt irgendwann leer genauso wie früher im wald also hier das muss alles zusammen auch passen machen wir noch einen kurzen ausflug in das thema der arbeitsumgebung weil das ist etwas das kann uns auch unterstützen da kann ich auch ein bisschen aus dem nähkästchen plaudern ja vor ein paar jahren habe ich einfach gemerkt dass mein pc zu laut ist das hat mich genervt irgendwann war einfach immer was neben mir was mich genervt hat was hat am ende passiert oder was ist passiert ich habe fehler im trading gemacht grandios wo ich das gemerkt hatte dass mich das stört und ich mich dann darum gekümmert habe dass der rechner leise ist ja der juckt mich heute überhaupt nicht mehr er hat kaum lüfter ist ganz ganz leise ich höre den nicht ja ich war vor drei wochen vor zwei wochen war ich in einem seminar mit dabei als special guest mit martin gösch hatte einer der seminarteilnehmer seinen laptop oder sein pc aufgebaut der stand fünf sechs meter weg von mir und ich habe gedacht das ding steht direkt neben meinem ohr so laut war der da kann ich keine sechs sieben stunden arbeiten das muss halt passen das muss entspannt sein oder aber auch das thema monitore das sind wichtige faktoren das heißt wir brauchen eine arbeitsumgebung mit den richtigen werkzeugen das heißt wir brauchen die passende handelssoftware hier sehen wir das ja auch wenn ich wenn ich das mal ganz kurz zeige der klassische metatrader oder mit dem addon im stereotrader der stereotrader hat so viele super funktionen die uns im trading auch unterstützen die man mit der normalen variante vom metatrader 4 einfach nicht umsetzen kann das heißt da muss man wirklich alles händisch machen und das händische machen einen stopp nachziehen ein trading stopp oder das ganze auf break even setzen das macht halt in dem sinne arbeit und bei arbeit können fehler passieren und wer dann ein gutes werkzeug benutzt und das ganze hier super gut miteinander kombiniert auch verschiedene orders miteinander verknüpft was die software ja auch kann der findet dann eine unterstützung und das macht das trading dann wieder deutlich entspannter ja das ist die handelssoftware dann das thema der monitore da kenne ich ja alles ich hatte am anfang einen dann hatte ich sechs jetzt habe ich vier mit vier komme ich zurecht einer ist mir zu wenig sechs war mir zu viel mehr monitore habe ich nicht erfolgreicher gemacht zu wenig ist schlecht das was ich jetzt habe ist für mich optimal heißt also wir müssen immer genug sehen um gut traden zu können aber wer zu viel sieht kann auch abgelenkt werden das ganze muss zusammenpassen dass das thema arbeitsumgebung der pc muss natürlich funktionieren arbeitsspeicher cpu leistung wenn die kiste so lahm ist das andauernd abstürzt das ist ein bisschen ungünstig fürs trading gerade wenn man positionen aufmachen oder schließen möchte lärm durch hardware hatte ich gesagt das thema backup internetleitung telefon zum broker das sind sachen die müssen auch passen zum handelsstil ja da wird jemand der im längerfristigen trading unterwegs ist nicht so die herausforderungen drin sehen wie jemand der im sag ich mal zwei minuten chart traden möchte da ist das ganze viel wichtiger das muss dazu passen und damit ist das ganze natürlich gegeben das heißt die arbeitsumgebung die muss so optimiert sein dass der fokus auf das trading gelegt werden kann und zwar im maximum und das sind die fakten wo unsere arbeitsumgebung auch viel viel dafür sorgen kann dass wir nicht auf unsere urinstinkte zurückfallen sondern dass die arbeitsumgebung unterstützt uns auf das zu fokussieren was wir wollen nämlich die charts richtig zu lesen unsere handelsstrategien zu planen und das ganze dann eins zu eins umzusetzen also alles schön nach plan laufen zu lassen und wenn es nach plan läuft dann haben wir eine gute chance diese urinstinkte zur seite zu legen und das schauen wir uns jetzt ganz einfach mal an hier mit den dingen die wir im trading auch zu tun haben das heißt in der trade vorbereitung sage ich immer es muss hier alles nach plan laufen das heißt nummer eins wir identifizieren im chart ganz normal das klassische einschiegsszenario also wenn wir uns mal so ein chart hier vornehmen und wir sagen okay hier beispielsweise im wti was könnte denn da jetzt eine szenario planung sein wenn wir uns den chart hier anschauen dann sehen wir wir sind hier in einem aufwärtstrend der aufwärtstrend steht in einer sehr sehr weiten bewegung wir sind hier oben in einem widerstandsbereich angekommen und der markt fängt hier oben an leicht nach unten zu tendieren oder zumindest nicht mehr so stabil nach oben zu laufen und da können wir jetzt sozusagen zwei szenarien ausmalen hier auch im kurzfristigen bereich was sind wichtige marken die wichtigen marken sind die oberseite und die unterseite dieser kerze hier wenn der markt oben drüber geht setzt sich diese bewegung nach oben hin fort dann können wir strategien in richtung zum oberen widerstand erwirtschaften beziehungsweise erarbeiten wenn wir aber unten drunter durchbrechen dann sehen wir ganz klar die korrektur kommt ordentlich ins laufen da müssen wir uns dann marker zur unterseite suchen und wenn wir uns das ganze mal anschauen dann sehen wir halt mit blick in den stunden chart zum beispiel das macht halt auch eine handelssoftware aus dass man sich verschiedene zeiteinheiten anschauen kann und das ganze auch kleiner und größer zoomen kann dann sehen wir hier oben halt dass wir hier unten das letzte korrektur tief haben und wenn wir hier unten drunter laufen bildet sich in der stunde ein abwärtstrend und dieser abwärtstrend wäre dann für unsere szenario planung das ergebnis dass der abwärtstrend die korrektur darstellt und dann können wir uns auf der unterseite bedienen wo wir möglicherweise auch gewinnmitnahmen machen kann das heißt die frage an dieser stelle zu stellen wer verkauft denn nach uns wenn wir uns nach unten orientieren das ist also mal das einstiegsszenario das können wir ganz in aller ruhe machen wenn aber stress drum herum ist dann wird man sich nicht darauf funktionieren oder fokussieren können dass das ganze in ruhe läuft und das gibt dann probleme das heißt hier in der trade vorbereitung wenn alles nach plan läuft können wir ganz klar unser einstiegsszenario identifizieren bereiche für gewinnmitnahmen und natürlich das absicherungslevel festlegen das alles in ruhe das heißt das sind die rahmendaten für unser setup und danach legen wir einfach die orders im system und lassen den markt entscheiden ja punkt wer das allerdings nicht macht deswegen schreibe ich hier unten drunter noch den chart handeln nicht die gedanken dann ist es schwierig das heißt hier in dieser situation ich persönlich würde im leben jetzt nicht auf die idee kommen hier eine position zu eröffnen ich weiß nicht was ich machen soll ja ich weiß nur eins wenn ich mir den tageschart angehe oder anschaue dann sehe ich ganz klar der markt läuft hier nach oben wir haben einen aufwärtstrend und ich weiß genau der aufwärtstrend steht am widerstand ist in einer weiten bewegung es kann also dazu kommen dass wir eine tiefere korrektur sehen oder die korrektur nur leicht seitwärts läuft und wir nach oben ausbrechen das heißt ich habe gar keine signallage und wenn ich jetzt einfach so aus gut dünnen sage der markt der scheint hier übergekauft zu sein der wird korrigieren und ich mache jetzt einfach eine order auf ohne meine setups chaos ja das ist handeln von gedanken aber nicht vom chart und wenn der markt dann gegen mich läuft ja ich kann mich hier nirgendwo ordentlich absichern nix die set-up-set-lage ist nicht da was übernimmt dann dann komme ich in eine emotionale schieflage bumm ich gehe raus aus einem markt und im blödesten falle läuft der markt danach in die richtung wo ich nicht haben will das will ich einfach nicht aus dem grund wichtig die setup planung die muss einfach stimmen das unterstützt uns und das ist ein thema wo wir nämlich unsere angst und unsere gier ausschalten können indem wir einfach sagen wir haben eine strategie und wir handeln nur diese strategie und wenn diese strategie erfüllt wird darf ich traden wenn nicht dann nicht und dann kommen wir gar nicht in die situation dass wir angst vor irgendwas bekommen weil alles im normalfall verläuft also läuft alles nach plan ist alles schick wenn nicht dann nicht hier unten das bild das ist heute immer noch so wie früher jeder trader muss sich irgendwo entscheiden was das sein will hier das krokodil oder die beute wenn krokodile jagen die rennen ihre beute nie hinterher oder fast nie in der regel warten die einfach bis die beute am wasser steht und dann knallt es einfach das heißt hier an dieser stelle das knu was hier steht hat einfach aufgrund des wunsches zu trinken die umgebung nicht genug angeguckt ist ans wasser rangegangen hat das krokodil nicht gesehen bam ende das krokodil erfolgreich das knu hat pech gehabt jetzt kann man sich also aussuchen wer man sein will der erfolgreiche jäger oder die von ihren urinstinkten ähm oder von der von der angst vom verdursten geleiteten ähm ja beute die ans wasser rangegangen ist und einfach nicht geguckt hat ob da möglicherweise gefahren sind das heißt wenn alles nach plan läuft kriegt das krokodil was zu fressen fürs krokodil wenn für die gazelle alles nach plan läuft guckt sie vorher ob da irgendwas im argen ist heißt also im trading wenn alles nach plan läuft ist alles schick aber wenn wir beispielsweise in die situation kommen dass der markt uns davon läuft dann ist es bei den etwas unerfahrenen tradern ganz oft so es gibt die sogenannte aktions panik man rennt dem markt einfach hinterher die handelstrategie und das risikomanagement wird komplett ignoriert ja und das sind einfach situationen wo nicht mehr unser vernünftiger menschenverstand uns agieren lässt sondern das übernimmt dann unser neandertaler gehirn und das führt dann ganz oft dazu dass wir die beute sind und gefressen werden das heißt wir zahlen dann am ende ordentlich ein und das wollen wir ja nicht das heißt immer im bewusstsein haben nicht ich oder sie entscheiden was mit dem trade passiert sondern der markt entscheidet wir geben nur die rahmendaten vor und wenn der markt das macht was wir wollen dann läuft halt alles nach plan das heißt solange auf der emotionalen seite der trade planmäßig verläuft ist alles okay ja so bei den händlern die schon viel erfahrung haben bleibt auch alles okay also da ist es auch so wenn man mal ausgestopft wird ist trotzdem alles okay weil das handelssetup vorher da war und der markt sich halt anders entschieden hat der ist erst in die long richtung reingegangen so wie wir das gestern beispielsweise beim dax gesehen haben kann ich mal kurz zeigen ist ja ein legitimes handelssetup auch gewesen ich mache mal den dax kurz auf hier moment kurzen augenblick so holen wir uns den dax mal rüber hier da ist er wenn wir uns den dax jetzt mal anschauen hier an dieser seite und wir gehen mal beispielsweise in den stunden chart hinein dann sehen wir hier an dieser stelle das hier war die korrektur im aufwärtstrend ganz normal so dann haben wir hier an dieser stelle das trend hoch gehabt moment ich nehme das mal ganz kurz raus das abwärtstrend hoch also dieser mark hier das war das letzte korrektur hoch in diesem abwärtstrend das wurde hier rausgenommen hier ging es nach oben mach das mal kurz hier in dieser lila farbe das war das erste marker dass die korrektur zu ende gehen wird und das schöne ist ja wenn man dann die trend bildung sieht interessant weil dann läuft es nach oben das heißt wenn wir das jetzt sehen hier dann können wir als händler auf die idee kommen okay wie sieht denn unser setup aus ich möchte traden wenn der trend in der stunde wieder in richtung des tages läuft heißt also was kann man in diesem bereich dann machen folgendes wir legen einfach hier oben unsere kauf oder rein so wer sich dann sagt ich möchte aus dieser position raus wenn der trend gebrochen wird der macht einfach folgendes der legt seine order unter das trend tief alles kein problem und wenn es dann um die gewinnmitnahmen geht kann man ja sagen okay wo haben wir denn marken die wir mitnehmen können und da hätten wir beispielsweise einmal diesen bereich hier hier ganz knapp diesen bereich hier oben beziehungsweise dann den widerstand da oben das sind zielbereiche so damit legt man rein hier der markt ist hoch gelaufen alles absolut in ordnung man hat ihm auch raum zur korrektur gegeben und dann gab es diesen spike nach unten das ist einfach dann pech das passiert immer wieder muss man halt wieder reingehen wenn der markt weiter nach oben läuft ja aber wir sehen dass solche dinge passieren immer wieder und in grundlage in der grundlage war unser setup erfüllt wir sehen ja auch der markt geht weiter nach oben es war halt in dem moment einfach nur pech gewesen zu sagen okay man man ist ja raus geflogen der markt ging aber trotzdem die gleiche richtung und der hat ja auch oben drüber gekauft und trendet dann auch wieder hoch setup ist ja da gewesen nur wer dieses setup nicht hat wird also alles nicht so traden können so dann haben wir aber die tatsache wenn der trade ins minus läuft ja dann werden viele gerade jüngere händler unruhig dann entscheidet wieder nicht der händler selbst sondern dann übernehmen einfach die emotionen das ganze das heißt an dieser stelle wenn wir uns noch mal kurz den chart anschauen wollen wer jetzt hier oben reingegangen ist ja und nach unten plötzlich ins minus geht viele händler bleiben nicht drinnen die gehen einfach vorher raus und jetzt nehmen wir mal an dieser spike wäre nicht gekommen und der händler wäre in dieser langen kerze rausgegangen der würde nach oben keine chance haben was passiert dann aber oft man geht den trade noch mal an und tradet hin und her oder geht hier im blödesten falle short weil der markt hier unten drunter gelaufen ist ja das hat alles nichts mehr mit den strategien zu tun das heißt wenn der trade ins minus läuft die erfahrenen händler die bleiben ruhig und folgen der strategie die unerfahrenen da ist chaos die jungen händler da gibt es die psyche die plötzlich übernehmen das heißt angst wir bekommen angst dass wir unser geld verlieren was wir ja eigentlich gar nicht wollen das heißt das verändert plötzlich die sichtweise ja der händler sagt sich dann einfach hier oben ist jetzt verkauf der markt ist nicht mehr long der markt ist short deswegen gehe ich short obwohl dieser trend nach oben ja völlig intakt war bis wir kurz hier unten drunter gelaufen sind aber der markt läuft ja weiter hoch auch das übergeordnete bild auf tagesbasis ist aufwärts gerichtet aber der händler hat halt plötzlich angst und diese angst verändert alles sieht den markt also short obwohl das gar nicht stimmt ja und das sind halt die faktoren die man als händler mitbekommen muss das heißt in dem moment kann viel passieren entweder der händler zieht seinen stopp weiter weg ja das heißt man sucht dann die gewissen argumente um zu sagen meine strategie hat den stopp zwar vorgesehen hier unten beispielsweise ja aber ich will dem raum mal dem markt mal etwas mehr raum geben zack wird der stopp weggezogen was passiert dann man macht viel zu große verluste also alles nicht so gut oder aber der markt läuft sozusagen ähm in eine gewisse richtung man merkt aber es läuft gegen einen und sagt sich an dieser stelle moment mal wenn das jetzt hier gegen mich läuft ziehe ich meinen stopp mal besser etwas nach oben keine ahnung irgendwo wenn man hier oben gegen uns läuft sagen wir mal hier muss ja raus dann fliegt der händler aus der position raus aber wir wissen doch nicht ob er wirklich den trend bricht oder ob er einfach nur ein stück weit korrigiert was der markt ja auch darf um dann nach oben zu laufen wir wissen es nicht der händler macht es aber trotzdem verstößt gegen seine strategie und damit ist wieder alles nur suboptimal im trading das ergebnis entweder man hat einen viel 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 zu großen verlust oder eine verpasste gelegenheit und warum die ganze vorarbeit die man geleistet hat ist über den haufen geworfen weil einfach unser neandertaler hören hier die keule in die hand genommen hat und alles kaputt getroschen hat weil wir einfach angst haben verluste zu machen und das ist schwierig und das muss man wirklich umgehen nächster punkt in der entscheidung der markt ist der entscheider ist hier wenn der trade ins minus läuft die sogenannte aktionspanik die position wird geschlossen ohne zu schauen ob wir überhaupt müssen die verlustangst treibt den händler aus der position raus was passiert danach der markt läuft ganz plötzlich wieder in die geplante richtung wie wir das hier gestern im dax auch gesehen haben dann rennt man dem nächsten trade hinterher das heißt wir haben hier eine wiedereröffnung und warum wir haben einfach angst etwas zu verpassen und jetzt stellen sie sich vor der trade läuft nur ein stück in die richtung und dann wieder in die entgegengesetzte richtung das ist ein hin und her ein ping pong spiel was den händler dann aufgrund der emotionalen schieflage in eine richtige spirale reinbringt das ist das sogenannte over trading man missachtet seine handelstrategie und der kopf ist im überlebenswillen oder im wettkampfmodus mit siegeswillen alles im endeffekt planloses agieren im kopf haben wir absolut den überlebensmodus nur was passiert mit unserem geld wir müssen immer wissen wir handeln hier an der börse das bringt mich nicht um im blödesten falle verliere ich geld und wer in so einem modus verfällt der verbrennt wahrlich wirklich einfach nur kohle und deswegen muss man wie ich am anfang das gesagt habe als händler der wirklich profitabel agieren möchte in der situation sein dass man sich selbst beobachten kann dass man das auch merkt und das mir persönlich hat dabei geholfen dass ich mein handelstagebuch immer mal wieder gelesen habe also beim schreiben habe ich ja gesehen was passiert ist und da habe ich halt immer wieder gesehen ich mache die gleichen fehler und dann habe ich mich halt irgendwann mal hingesetzt und diese fehler analysiert das kam bei mir aus dem sport das kam nicht aus dem trading heraus sondern dieses system mit der mit der trading oder mit der analyse von fehlern kam bei mir aus dem sport heraus vom motocross fahren da habe ich das gelernt und das ganze habe ich dann sozusagen auf mein trading übertragen und das hat mich dann wirklich in die situation gebracht dass ich gelernt habe herauszufinden was mich immer wieder in diese sag ich mal neandertaler position bringt damals habe ich oft zu die gewinne viel zu früh mitgenommen oder aber habe in den charts situationen gesucht die gar nicht da waren ja das waren meine hauptfehler gewesen und das hat mich dann dazu gebracht daraus zu lernen und hier ist es ganz genau das gleiche im trading mit der psychologie diese beiden wichtigen sachen die ich am anfang genannt habe die beeinflussen uns halt und wir wissen die strategie also die psychologie unserer emotionen das was uns quasi am am leben hält in extremen situationen ja können wir dazu benutzen um im trading aktiv zu sein und wir sehen es ja hier anhand dieser grafik wir sind heute der mensch wie er hier ausschaut ja ähm der affe war es früher im wald das heißt die evolution die stärksten haben sich fortgesetzt und mit den richtigen strategien sind wir menschen heute das was wir sind das was wir geworden sind das heißt das wissen darüber dass wir das alles können bringt uns dazu dass wir das auch wiederholen können und sie persönlich sie sind derjenige der darüber entscheidet ob sie sich von ihren Urinstinkten leiten lassen und ihre Urinstinkte über ihre Resultate entscheiden oder ob sie den Weg vorgeben der gegangen werden soll und Strategien erarbeiten wie sie um diese Überlebensstrategien herumkommen weil wir werden beim trading den Überlebensinstinkt nicht brauchen ja die Strategien helfen uns erfolgreich zu sein und das ist das was wir immer im Fokus haben sollten und darauf aufbauen können das heißt wer im Trading anfängt zuerst Strategie erarbeiten und die ist nicht in Stein gemeißelt und dann anfangen in der Praxis zu arbeiten lernen aus den Fehlern immer wieder das gut weitermachen was schon gut funktioniert und die richtigen Strategien dann adaptieren an die entsprechenden Marktphasen gutes Money Management gutes Risikomanagement und dann kann das Ganze hier vonstatten gehen das also hier zum Thema der Neandertaler steckt in unseren Genen danke für die Zeit ich hoffe es ist das ein oder andere interessante dabei gewesen Fragen im Nachgang gerne auch per private Nachricht an mich danke für die Zeit und allen die das Ganze jetzt am Freitag geschaut haben ein schönes Wochenende das Ganze